Als Schinkter wird ein etwa 12 Kilometer langer, klima-begünstigter Küstenstreifen der italienischen Riviera zwischen Punta Mesco und Punta di Montenegro nordwestlich von La Spezia in der Region Ligurien bezeichnet. Von Nordwest nach Südost reihen sich die fünf Dörfer Monte Rosso Almare, Fernazza, Corniglia, Manarola und Rio Majore entlang der Steilabfall in den Küste auf. Die Region zählt etwa 7000 Einwohner und ist als Nationalpark geschützt, in dem nichts gebaut oder verändert werden darf. Im Jahr 1997 wurden die Schinkter zusammen mit Porto Venere zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Geografie entlang der Küste erstreckt sich eine mehrere hundert Meter hohe, zum Teil steil ins Meer abfallende, sanft gerundete Bergkette. Die Schinkter bestehen aus fünf kleinen, abschüssigen Geländeeinschnitten, die sich zum Meer hin öffnen. In den Tälern liegt je eines der Dörfer. Vier der fünf Ortschaften liegen unmittelbar am Wasser. Lediglich Corniglia liegt auf einem Felsvorsprung rund 100 Metern über dem Meer. Geschichte Die ältesten Zeugnisse eines Castro, Venacho aus dem Jahr 1050 und eines Monterosso gehen auf Schenkungsurkunden zurück. Die Landschaftsstruktur erfuhr in dieser Zeit grundlegende Veränderungen. In Meeresnähe wurden Terrassenkulturen für den Weinbau angelegt. Heutzutage müssen die an den Steilhängen errichteten Terrassen dauerhaft instand gehalten werden, um ein Abrutschen ganzer Hänge zu verhindern. Fischfang und Handel trugen zur Entwicklung engerer Beziehungen zwischen Küste und Hinterland bei. Im 12. Jahrhundert ließ die Republik Genua eine strategische Festungsanlage auf der Punta San Pietro in dem größeren, südlich angrenzenden Ort Porto Venere errichten. Im Jahre 1209 ergriff die Republik endgültig Besitz von Farnacha. Den größten Teil ihrer Geschichte teilten die Qing-Ther mit der Republik Genua. Wirtschaft und Infrastruktur, Landwirtschaft, die Hänge oberhalb der Ortschaften sind großenteils bewaldet. Der hier angebaute Wein sowie Zitrusfrüchte und Oliven bildeten neben dem Fischfang über Jahrhunderte hinweg die Lebensgrundlage der Einwohner. Der Weinanbau hat auch dazu beigetragen, die einzigartige Kulturlandschaft mit ihren Weinbergsterrassen und Trockenmauern zu schaffen und zu erhalten. Verkehr 1874 wurde entlang der Küste die Eisenbahnstrecke von Genua nach La Spezia gebaut und jeder der fünf Orte bekam einen eigenen Bahnhof. Außerhalb der Bahnhöfe verläuft die Strecke fast gänzlich in Tunneln. Der Bahnanschluss ist heute noch die wichtigste Verbindung untereinander und zum Umland. Denn einzig Rio Maggiore und Manarola sind über die gut ausgebaute Staatsstraße 370, die Litorania de la Qing-Ther, zu erreichen. Ursprünglich hätte diese Straße die bis zu ihrem Bau isoliert liegende Region mit der Stadt La Spezia und dem touristischen Zentrum Sistri Levante verbinden sollen. Nach Protesten von Einheimischen wurde der Bau jedoch schließlich eingestellt. So bleiben die anderen Dörfer nur mit der Bahn oder über sehr zeitraumende, kurvenreiche und steile Straßen erreichbar. Tourismus Ein Geheimtipp sind die Qing-Ther spätestens seit der Ernennung zum UNESCO-Weltkulturerbe nicht mehr. Von Frühjahr bis Herbst strömen Unmengen von Touristen mit der Bahn in die Region. Die Bahnfahrt selbst ist eine Attraktion, da sie die Region in einer eindrucksvollen Tunnelstrecke am Meer durchquert, mit häufigen Ausblicken aufs Wasser und in allen fünf Dörfern sowie in den benachbarten Strandbädern hält. So stellt der Tourismus in der heutigen Zeit auch die Haupteinnahmequelle der Bewohner dar. Aber da es nur in Monte Rosso Almare ein kleines Stück Strand gibt, kann der Strandbad Massentourismus in den kleinen Orten nur schwer Fuß fassen. Meist kommen Tagestouristen und Wanderer. Im Oktober 2011 waren vor allem von Nazar und Monte Rosso stark von Überschwemmungen betroffen. Neben den Dörfern selbst ist in der Tat der Wanderweg Via della Morae, der die Dörfer Rio Maggiore und Manarola entlang der Küste in moderater Höhe verbindet, die größte Attraktion. Landschaftlich reizvoller ist der anschließende Weitwanderweg von Manarola über Cornelia und von Nazar nach Monte Rosso. Hier wandert man auf schmalen Pfaden durch die Wein- und Olivenhänge. Festes Schuhwerk ist dabei zwingend erforderlich, während man die Via della Morae bequem auch mit Sandalen begehen kann. Der Abschnitt zwischen Rio Maggiore und Cornelia ist wegen Arbeiten an der Strecke derzeit gesperrt und wird voraussichtlich 2016 nicht mehr geöffnet. Gebührenpflichtig ist mittlerweile im Sinne einer Eintrittskarte der gesamte Wanderweg durch den Nationalpark. Untertitelung des ZDF für funk, 2017